herzlich willkommen meine damen und herren hier ist der nils wie geht's euch jetzt gut hat er einen guten tag wenn ja super wenn ein es geht wieder aufwärts manche tage sind schwer manche tage sind leicht aber immer kopf hoch dann wird das schon wir spielen die runde emmy's green mart emmy hat hier in vierten laden ihren bio laden ihren supermarkt den bio supermarkt und wir haben ja momentan den fünften tag geschafft den haben wir sogar ziemlich gut geschafft wieder gesteigert 343 münzen 346 349 münzen also hier auch wieder tatsächlich immer wieder gesteigert ich weiß nicht das liegt wahrscheinlich weil an meiner ja ich habe ein bisschen meine entsprechenden eine taktik geändert das heißt die wägen waren jetzt immer voll gemacht und dieser lag diese ja diese sandwich bereich der wird auch vorher immer gemacht das habe ich immer erst gemacht wenn der kunde davor gestanden war und das war natürlich nicht gut und dadurch dass ich jetzt unten immer alles voll machen oben immer alles voll macht bin ich einfach ein bisschen flexi und wir sehen hier einen neuen comic stand ist das hier ist mal ist es ein comic regal kein bio laden bio laden magazin bio supermarkt magazin ok cool ja hier hat sich nichts geändert wir haben immer noch die bio äpfel ja zweimal wie äpfel genau zweimal die bio möhren dann fangen wir mal an comic schaut cool aus schaut echt cool aus schade dass man das nicht drehen kann hier sondern drehen kann das wäre cool also die mannschaft ist standhaft und bereit alles sind gesund hier haben wir rené hier haben wir peter hier haben wir max immer rosa und hier haben wir gert und hier haben wir emmy lasst uns beginnen oh mein gott ich habe die wichtigste person vergessen das ist unsere kleine zähler napoleon den dritten namen habe ich gerade vergessen aber das ist er ist auch wichtig und auch hier habe ich jetzt gelernt ich kann schon vorher befüllen ich muss nicht immer warten bis der miau macht ich kann einfach hingehen und das vorher schon befüllen und somit einfach besser sein okay dann lasst uns beginn pflanzen 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 zweimal rot grün blau Rot 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 blau dann hierhin Dann brauchen wir zweimal rot Grün Blau Mal gucken hier so Man kann sich schon den Apfel holen Die Möhren holen Peter kann aber alles sauber machen Da können wir anrufen Sonst müssen wir mal gucken hier Das hier noch und das hier noch So dann machen wir mal den hier Den hier Den hier Den hier René kann er mal einpflanzen Das passt soweit So jetzt hat es hier unten drin Ein Grün fehlt noch So dann machen wir hier Hier Bin ich raus ne Bin ich echt raus Blau Grün Rot Rot Gucken Was hat sie hier Hier hat sie Okay da kann sie ja einmal das hier nehmen Äpfel holen Möhren holen Dann müssen wir hier gucken Rot Rot Grün Grün Das hat sich jetzt verändert Das müssen wir jetzt wieder richtig reinbringen Er wartet schon ne Er wartet schon Genau Machen wir hier Grün Rot Dann machen wir das hier Da haben wir es einpflanzen vergessen Jetzt ist natürlich wieder alles durcheinander gekommen Diep 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 weil hier natürlich ein zusätzlicher Bereich dazu gekommen ist Bin total raus Wo ist der Wagen Ich weiß nicht was los ist Wo ist der Wagen Ich kann das nicht sehen Wenn ich Wenn ich nicht weiß was sie auf dem Wagen hat sie braucht jetzt hier einmal rot Manny geh halt Rot Grün Rot Blau Kasse mein gott das haben wir verloren scheiße Das haben wir verloren Dann kann sie hierher hierher gehen Peter muss sauber machen Dann Den Sandwich maker bearbeiten Der Korbjunge Das heißt wir haben zweimal rot Einmal blau Einmal grün Das ist schwierig So dann kannst du das hier befüllen Das hier befüllen Das haben wir total verschnarcht hier Was haben wir denn unten einmal grün Und Und Nix mehr Das war's Alter Grün Der junge steht immer noch da Der arme Kerl Das tut mir leid Also das war nix 344 Man merkt das Na nicht ganz Nicht 344 Weil der junge wird noch abkassiert 380 Also das war ganz schlecht Das war ganz schlecht Weil ich habe nicht bedacht Dass eben was neues dazu gekommen ist Deswegen müssen wir das nochmal machen Also zweimal rot Zweimal grün Zweimal rot Zweimal grün Und dann blau auffüllen So muss ich es machen Zweimal rot Zweimal grün Zweimal rot Zweimal grün Und dann das blaue auffüllen Und dann geht alles sein kann Also gucken wir mal So Grün Grün Anpflanzen 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 Gut Komm hier Grün Grün Kann sauber machen So Jetzt dann das hier Dann kannst du Einmal blau Das blaue auffüllen Läuft 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 So dann mach mal den Automaten Hier Haha Habt ihr gesehen wie sie die Katze Streichelt hat Hier So Jetzt müssen wir mal gucken Zweimal die Äpfel Zweimal die Karotten Hat sie nicht gemacht Weil die Karotten nicht da waren Ich hab doch gesagt sie soll den Automaten machen So Was haben wir denn oben drin Schön wäre es wenn man den Wagen sehen würde Ob Junge So das ist nicht angepflanzt worden Nein das passt Was hat sie da drin Einmal Machen wir die Äpfel voll Rot rot grün grün Du kannst putzen Ja das ist ziemlich stressig hier Grün Rot Rot Das passt wunderbar Naja ich glaube das können wir schaffen So was hat sie unten Rot hat sie noch Dann wird jetzt einmal Das aufgefüllt Dann kannst du wieder zweimal Äpfel Zweimal das hier holen Peter kann es sauber machen Rosa muss hier entsprechend kassieren Das ist da Dann einmal blau Einmal grün Einmal Einmal Der hier Der geht natürlich jetzt zum Automaten Ja Ah einen haben wir noch hier Das passt eigentlich ganz gut Läuft Was hat sie auf dem Wagen Das wäre super wenn ich das sehen könnte Was sie auf dem Wagen hat Ja das ist doch Quatsch Das ist doch Quatsch Das kann sie holen So ich brauche jetzt einmal rot Rot Kasse Grün grün Sauber machen Anpflanzen 370 380 Wenn wir das nicht schaffen oder So was haben wir denn Rot haben wir hier Rot haben wir hier Das war es schon Oh mein Gott 360 Haben wir jemanden verloren Das ist das schlechteste was wir hatten Nein Das verstehe ich nicht Also schneller sein schneller sein Nils schneller sein schneller sein Rot, Rot, Grün Grün Anpflanzen, 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 Anpflanzen Rot, Rot, Grün Grün Ist das hier das sieht man auch nicht ob er das gemacht hat na Ich kann das nicht sehen Dann einmal blau Wieder Rot, Rot Und einmal Grün So dann die Äpfel holen So dann die Äpfel holen Die Möhren holen Warten bis die zweite Möhre fertig ist Jaaa Äpfel das hier das hier Scheiße wir haben das blau vergessen Wir haben das blau vergessen Wir haben das blau vergessen Kann es nicht ändern Was hat es denn drauf? Einmal Einmal Das hier Soll mal warten Ja warte kurz das hier Sauber machen Peter Da ist eine Kasse So jetzt brauche ich halt wieder zweimal rot zweimal grün Der Korbjunge muss arbeiten Hier muss angepflanzt werden René So dann haben wir hier einmal grün Einmal rot Einmal Blau Fast Jaaa Das läuft Die 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 Rosa muss bedienen So was hat sie denn jetzt oben drauf Ich sehe mir den Wagen nicht Ohne Wagen kann ich nichts sehen So ich brauche zweimal blau Aber hier nochmal blau Kann sie das hier befüllen Kasse muss her Er muss sauber machen Äpfel Gefüllt sie Jaaa Jaaa Blau ist voll Das hat uns was gekostet hier So das läuft doch ganz gut So was hat sie jetzt Ich sehe immer den Wagen nicht Grün Grün Nein Nur einmal grün Dann ähm rot So das haben wir hier verbockt hier Dann war mal zu langsam Ja Jetzt lass mal nach Jetzt lass mal nach Ah der Junge konnte einander schafft man nicht 369 schafft man nicht Blau auffüllen brauchen wir nicht Die Karotten können sie auffüllen Nein Nein Ja Jetzt lass mal nach 369 Schade Mach ich Einfach Es am siebten Tag besser meine Damen und Herren Ja das war es schon Es ist schwierig wie ihr seht Manchmal hat man keine Chance Da ist auch der beste Tag von Amy Ein schwieriger Tag Aber wir haben es trotzdem geschafft Den sechsten Tag schön Hier durchzuführen Die Kunden sind zufrieden Die Lieferanten haben alles gut gebracht Die Pflanzen sind gut gewachsen Und auch Peter Gerd der Securitymann Max der Korbjunge Und auch René sind hier zufrieden Rosa hat ihre Arbeit gemacht So muss es doch sein Dann würde ich sagen Sehen wir uns in zwei Tagen wieder bei Amy's Greenmart Und in der Zwischenzeit Schaut euch doch einfach mal um Guckt ein bisschen die Videos an OMSI 2 oder CSGO Rocket League oder YouTube Live Ich bin der Nils Macht's gut Und alles wird im nächsten Video noch besser Da versuchen wir hier auf jeden Fall Die 400 vielleicht mal zu erreichen Ich hoffe wir schaffen das Bis dann Euer Nils Ciao